Ich habe ein Immobilienportfolio mit vielen 70 Einheiten, da sind natürlich gute Immobilien dabei und auch weniger gute Immobilien. Allerdings sticht ein Mehrfamilienhaus extrem heraus mit 127% Rendite. In diesem Video zeige ich dir den kompletten Cashflow dieses Mehrfamilienhauses für dieses Jahr und wie es zu dieser hohen Rendite kommt. Viel Spaß mit diesem Video. Das Haus habe ich im Juni 2020 gefunden und zwar steht das in Frankenberg, in Sachsen, also quasi in der Pampa. Insgesamt hat das Haus neun Einheiten, sieben Wohneinheiten, zwei Gewerbe, wobei zwei von den Wohneinheiten damals leer stand, weil die leicht renovierungsbedürftig waren und ich im Dachgeschoss noch ein bisschen was ausbauen musste. Einen Monat später, im Juli 2020, stand ich auch schon beim Notar, habe das Haus für den angebotenen Preis von 630.000 Euro gekauft. Die Maklerkosten von 38.000 Euro konnte ich durch meine Verhandlungen auf den Verkäufer umlegen, was natürlich viel von meinem Eigenkapital geschont hat. Der wirtschaftliche Übergang fand dann zwei Monate später im September 2020 statt und im November und Dezember konnten wir die beiden leeren Wohnungen auch noch vermieten, sodass ich dann Ende 2020 wirklich ein komplett vermietetes Haus hatte und demzufolge sehr gut in das Jahr 2021 starten konnte. Und jetzt schauen wir uns mal direkt den kompletten Cashflow an für dieses Jahr. Insgesamt hatte ich 52.000 Euro Kaltmietereinnahmen im letzten Jahr, wovon ungefähr 31.000 Euro nicht umlagefähige Kosten waren. Allerdings ist darin für mich die Tilgung enthalten in Höhe von 17.000 Euro. Die ist natürlich nicht steuerwirksam und demzufolge habe ich einen Cashflow vor Steuern von ungefähr 38.000 Euro. Und wenn ich da von der Zitierung abziehe, habe ich ungefähr 21.000 Euro Cashflow. Für die, die es noch interessiert, an AFA hatte ich ungefähr 16.100. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der richtig Spaß macht und zwar zur Renditeberechnung. Insgesamt hatte ich bei dem Haus Investitionskosten von 659.759. Darin enthalten war natürlich der Kaufpreis von 630.000, dann Grunderwerbsteuer von ungefähr 22.000, Notar von 4.500, das Grundbuch mit ungefähr 3.000 und auch noch ein Gutachter für rund 140 Euro. Wenn ich jetzt diese Gesamtinvestitionskosten ins Verhältnis zur Kaltmiete von 52.000 rechne, habe ich eine Bruttorendite von 7,89 Prozent der sogenannten Mietrendite. Ja, am Nettogewinn sind ja übrig geblieben 38.000 Euro und wenn ich das ins Verhältnis zur Gesamtinvestitionskosten rechne, habe ich eine Nettorendite von 5,76 Prozent. An Eigenkapital eingesetzt für das Haus habe ich natürlich die kompletten Kaufnebenkosten in Höhe von 29.769 Euro. Also ungefähr 4,7 Prozent hatte ich an Kaufnebenkosten, weil den Makler konnte ich ja umlegen auf den Verkäufer. Und diese ungefähr 29.000 Euro, umgerechnet auf den Nettogewinn von 38.000 Euro, ergibt eine sagenhafte Eigenkapitalredite von 127,65 Prozent. Und das ist schon ein unglaublich geiler Wert. Du siehst also, mit Immobilien kann man unglaublich viel Geld verdienen, allerdings sind die Preise jetzt natürlich schon ziemlich weit oben auf dem Allzeithoch. Und da ist jetzt die Frage, sollte man jetzt und nächstes Jahr noch in Immobilien investieren oder sollte man vielleicht lieber den Crash abwarten? Schau dir dafür auf jeden Fall folgendes Video an, da erkläre ich dir, was du 2022 unbedingt machen solltest, welche Chancen es im Markt gibt und natürlich auch welche Risiken. Viel Spaß mit diesem Video.